Hallo, mein Name ist Linden. Ich wohne im zweiten Stock. Haben Sie heute ein Paket für mich angenommen? Haben Sie heute ein Paket für mich angenommen? Nein, leider nicht. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs und nicht zu Hause. In meinem Briefkasten lag ein Zettel, auf dem steht, dass mein Paket heute an Familie Müller geliefert wurde. Ah, in unserem Gebäude gibt es zwei Familien, die Müller heißen. In unserem Gebäude gibt es zwei Familien, die Müller heißen. Vielleicht hat Herr Müller aus dem ersten Stock es angenommen. Vielleicht hat Herr Müller aus dem ersten Stock es angenommen. Ja, das kann sein. Dann klingel ich gleich bei ihm. Dann klingel ich gleich bei ihm. Sind Sie hier neu eingezogen? Sind Sie hier neu eingezogen? Ich sehe Sie zum ersten Mal. Ja, ich bin vor einer Woche hier eingezogen. Ja, ich bin vor einer Woche hier eingezogen. Die Inflation ist wirklich hoch. Ich mache mir um meine Ersparnisse Sorgen. Ich mache mir um meine Ersparnisse Sorgen. Hast du dir über deine finanzielle Zukunft Gedanken gemacht? Ich habe letztes Jahr begonnen, mein Geld zu investieren. Ich kaufe mir regelmäßig Aktien. Ich kaufe mir regelmäßig Aktien. Das ist aber auch ein bisschen riskant. Das ist aber auch ein bisschen riskant. Ich habe auch ein paar Mal Geld verloren. Ich habe auch ein paar Mal Geld verloren. Solche riskanten Sachen wie Aktien sind nicht so mein Ding. Solche riskanten Sachen wie Aktien sind nicht so mein Ding. Hast du vielleicht eine andere Idee, was ich machen kann? Hast du vielleicht eine andere Idee, was ich machen kann? Du kannst entweder Aktien von Rohstoffen kaufen oder dein Geld in eine Immobilie investieren. Du kannst entweder Aktien von Rohstoffen kaufen oder dein Geld in eine Immobilie investieren. So gehst du nicht so viel Risiko ein. So gehst du nicht so viel Risiko ein. Es gibt auch Berater, die dir helfen, dein Vermögen gut anzulegen. Es gibt auch Berater, die dir helfen, dein Vermögen gut anzulegen. Vielleicht kannst du dich mal beraten lassen. Vielleicht kannst du dich mal beraten lassen. Ja, gute Idee. Kennst du einen vertrauenswürdigen Berater? Kennst du einen vertrauenswürdigen Berater? Ich recherchiere mal ein wenig und sage dir morgen Bescheid. Ich recherchiere mal ein wenig und sage dir morgen Bescheid. Wo warst du heute den ganzen Tag, Kevin? Ich bin vor Sorge fast gestorben. Ich bin vor Sorge fast gestorben. Warum machst du dir immer so viel Sorgen, Mama? Du darfst nicht ohne mir oder deinem Papa Bescheid zu geben einfach stundenlang rausgehen. Du darfst nicht ohne mir oder deinem Papa Bescheid zu geben einfach stundenlang rausgehen. Erzähl mal, wo warst du denn? Es tut mir leid, Mama. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Als ich alleine war, wollte ich mir eigentlich nur ein Eis aus dem Gefrierfach holen und dann mit den Hausaufgaben beginnen. Als ich alleine war, wollte ich mir eigentlich nur ein Eis aus dem Gefrierfach holen und dann mit den Hausaufgaben beginnen. Es gab aber kein Eis im Gefrierfach. Dann habe ich mich entschieden, mir ganz schnell draußen ein Eis zu holen. Ich wollte dann wirklich nach Hause zurück. Auf dem Weg habe ich Florian getroffen. Er hat mir von seinem neuen Fahrrad erzählt, dass er zum Geburtstag bekommen hat. Ich wollte das Fahrrad unbedingt sehen, dann bin ich mit ihm nach Hause gegangen und wir haben zusammen gespielt. Dann bin ich mit ihm nach Hause gegangen und wir haben zusammen gespielt. Dabei habe ich die Zeit total vergessen. Tut mir echt leid. Kein Problem. Es ist in Ordnung, dass du bei Florian warst. Vielleicht konntest du seine Mutter bitten, mir kurz Bescheid zu sagen. Vielleicht konntest du seine Mutter bitten, mir kurz Bescheid zu sagen. Wenn ja die Familie mit ihm ausgespielt haben, dann bin ich ja! Ich habe das Fahrrad gemacht. Ich habe das Fahrrad gemacht. Dann hat die Frau mit ihm. Dann hat sich der mir geholfen. Dann habe ich mit ihm mit ihm. Bis zum nächsten Mal.